Mann krank, einfach Fortnite. 14 Tage Spielzeit. Hä, du hast doch gerade nach Updates gesucht. Alter. Was ist das denn hier? Gar kein Bock mehr. Junge, was ist denn da drauf geworden? Junge, ich habe damals so viele Skins gekauft, Alter. Junge. Ey, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern an diese ganzen Dinge, Alter. Erstmal die V-Bugs reingehen. Nein, Mann. Nie wieder. Ja, Mann. Hier schön mit dem deutschen Rucksack, sollen alle wissen, wer ich bin. Okay, ja, ich will Solo spielen. Season 8. Junge, meine Keys müssen ja immer noch genau gleich sein, oder? Also es müssen ja immer noch dieselben Keys sein. Jetzt will ich ein Victory sehen. Junge, ja, ich war damals auch immer talentiert und gnadenlos. Ich hoffe, weil so habe ich vielleicht noch ein bisschen was in meinem Kopf drin. Der Fortnite-Boss ist back, bro. Ja, Q, E, Q, E. Ja, was ist denn? Oh ja! Ich habe noch die alten Dinger drin. Alter. Ich komme auf dieses Spiel überhaupt nicht klar, Alter. Junge, ich habe das das letzte Mal 240 vor Christus gespielt. Wie geht denn das wieder weg? Oh Gott, das Wind. Ja, das war schlau. Das war ganz doll schlau. Ich bin schneller als er, du Penner, Alter. Ich werde dich jetzt so ziehen, Mann. Ey! Nein! Digga, verbiss dich! Ey, Digga! Silent Rogure 98! Einfach mal weg, Mann! Let's go, Bruder! Jetzt geht's los! Wo waren die Hacke? Nein! Alter, ich rappe das Spiel gar nicht mehr! Was ist das denn? Hä, wo ist denn meine Axt? Was ist das denn? Hä? Digga! Junge, das Ding kriegt man gar nicht zu. Ich habe keine Munition mehr. Oh, Fah! Noch ein Meter! Wie kann ich denn nochmal meine Materialien wechseln? Geil! Wie kann man denn aussteigen? Also, spiele ich für jemanden, der schon 13 Spieltage Zeit hat? Spielzeit hat? Ich muss ja voll weit weg! Warte mal! Wieso kann ich nicht rennen? Ach! Ach, du Scheiße, ich muss ja weg! Oh, lol! Oh, lol! Wie konnte ich denn meine Materialien wechseln? Weiß das noch jemand? Ich habe nicht meine Waffe, das ist unfair! Ey, hier ist keine Waffe! Ey, hier ist keine Waffe! Wie ist Munition? Boah, Alter! 70 Schuss, den f*** ich jetzt! Komm her jetzt! Wo ist der? He? My dicker! Ey, Junge, ich raff dieses Spiel ja überhaupt nicht mehr, Mann. Digga, der hat ja nicht mal gebaut, ey. Ey, Bambino 2244, was ist das denn? Okay. Ja. Also, das Game macht mir noch Spaß wie früher. Muss ich sagen. Also, ich hab jetzt das Spiel bestimmt auch nicht ausgemacht. Nee, macht Spaß. Kann man sich geben, das Spiel. Ja, was soll ich denn machen? Ich seh noch, wie die Pros das Spiel spielen. Ich seh noch, wie die Pros dieses Spiel spielen. Die sind auf einem ganz anderen Level unterwegs, also wirklich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.